hallo ihr lieben es gibt neue farben bald bei blossom nail couture und die will ich euch natürlich vorher schon vorstellen es kann gut sein dass diese farben wenn ihr dieses video seht dann im shop bereits erhältlich sind je nachdem wann ihr das video anschaut so wo es gedreht wurde gab es sie noch nicht im shop also will ich euch eigentlich nur anheizen damit ihr sie kauft und jetzt trage ich sie euch einzeln auf und werde euch unten drunter natürlich auch gleich die namen der einzelnen farbgele dann einblenden viel spaß so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wer sich eben gefragt hat, mit welchem Pinsel aufgetragen wurde, natürlich mit diesem Schätzchen findet ihr auch bei mir im Shop. Einmalig schön in Roségold. Ich kenne den, den gibt es noch nicht lange, ich kenne den nur in anderen Farben. Was ich so liebe, ist diese schönen, ja, scharfen Kanten. Dieses tolle Haar, hier ist jetzt noch ein bisschen Glitzer drin vom Auftrag eben, ich habe den noch nicht komplett ausgereinigt. Toll ist auch, ihr könnt die Aufsätze eindrehen und müsst sie nicht stecken, das heißt, wenn ihr dann sauber macht zum Beispiel, dann ist das ganz, ganz toll. Ihr zieht das nicht raus, egal mit welcher Gewalt. Naja gut, das Steinchen brauchen wir gar nicht erwähnen. Habe ich jetzt natürlich draufgepackt. Das glitzert wie verrückt. Also ganz, ganz tolles Kino. Ja, und wem jetzt das gefällt, der bestellt. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.